Wie Gott den Apostel Petrus mit dem römischen Hauptmann Cornelius in Kontakt bringt, das lesen wir heute in Apostelgeschichte Kapitel 10 von Vers 17 an. Da heißt es, während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte. Und wir erinnern uns daran, dass diese Vision war, er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Und darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Also während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sie schon die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Da sagte ihm der Geist Gottes, drei Männer wollen zu dir, geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken, ich habe sie geschickt. Da ging er hinunter und sagte zu ihnen, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, einige Brüder aus Jobbe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor kam, trat ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor zwei oder drei Tagen, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boden nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon unten am Meer. Und da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Soweit unser biblischer Text aus Apostelgeschichte Kapitel 10 nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Ich möchte noch einmal kurz den Inhalt zusammenfassen von dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Also Petrus sollte den Hauptmann Cornelius besuchen. Dieser Hauptmann war Römer, wollte aber mehr über Gott und das ewige Leben wissen. Petrus war nicht bereit zu gehen und schon gar nicht in das Haus eines Nichtjuden. Diese Einstellung war keine Laune des Petrus, sondern eine alte jüdische Tradition, die sich auf alttestamentliche Gebote Gottes stützte. Es war den Juden verboten, mit Andersgläubigen Freundschaft zu schließen und bei ihnen zu verkehren. In diesem Falle war es jedoch Gottes Wille, dass Petrus zu dem Hauptmann gehen sollte. Dazu musste Gott seine Boten aber erst vorbereiten. Das tat er mit einer Vision von einem Tuch voller unreiner Tiere, die Petrus essen sollte. Dieser verstand Gottesreden und ging in das Haus des Römers. Was uns an dieser Geschichte sicher befremden mag, ist die Tatsache, dass Juden nicht die Wohnung eines Römers betreten durften. Das klingt ein wenig nach Rassenstolz oder nach Separatismus. Wie konnte Gott von seinem Volk verlangen, dass es Menschen anderer Rassen und Religionen als unrein ansieht? Das ist ja so ähnlich wie in Südafrika die Apartheid-Politik. Bevor wir jedoch ein vorschnelles Urteil fällen, wollen wir zu verstehen versuchen, warum Gott eigentlich die Absonderung seines Volkes verlangte. Und es gibt wirklich einige gute Gründe dafür. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir heute auch noch die Vorteile von gewissen Abgrenzungen und Beschränkungen sehen könnten. Erstens, Absonderung ist gut, um sich ein einigermaßen objektives Urteil erhalten zu können. Ich meine unsere Zeit krank daran, dass so viele Menschen Parolen nachreden, ohne die Sache zu prüfen oder sich Gedanken darüber zu machen. Denken wir nur an das religiöse Gebiet. Hier gibt es unter uns Standardmeinungen, die die Mehrzahl der Leute einfach nachreden. Da gibt es fertige Urteile über Gott, über die Bibel, über die andere Religion, über den Weg zum Himmel und so weiter. Diese Redensarten haben oft sehr wenig mit der Wahrheit zu tun. Aber die Masse denkt und redet so, also denken wir auch so. Ein wenig Abstand von den gottlosen Menschen oder den Andersdenkenden könnte uns schon gut tun. Wir würden dann nicht nur ihren Standpunkt sehen. Wir hätten die Freiheit und Ruhe, auch einmal die andere Seite zu sehen und zu verstehen. Absonderung von den Ideen und Verbesserungsvorschlägen ungöttlicher Menschen ist sicher ganz gut für uns und hilft uns, die Dinge richtiger zu sehen und zu verstehen. Ja, und das brauchen wir, um auch objektiver zu sein. Klare Gedanken und Urteile, frei von dem Geschrei der Meinungsmacher, das ist wichtig. Gott verlangte Absonderung von seinem Volk, den Juden, von den anderen Völkern, den sogenannten Heiden. Wir würden heute denken, das ist doch bestimmt negativ und nicht richtig. Aber die Absonderung, die Abgrenzung gegen andere hat auch ihre Vorteile. Einmal haben wir gesehen, es hilft uns, einen Standpunkt zu haben, von dem aus wir die Dinge in der Welt beurteilen können. Zum anderen kann Absonderung uns helfen, gute Prinzipien und Gewohnheiten zu bewahren. Eines Teils ist es gar nicht so einfach, gute Gewohnheiten zu formen. Es dauert manchmal viele Jahre. Es erfordert die Kunst und das Geschick der Eltern und Erzieher. Andererseits gehen diese guten Gewohnheiten auch wieder so schnell verloren. Gott hatte seinem Volk verboten, zu engen Umgang mit Andersgläubigen zu haben, damit nicht Gottes Wille in Vergessenheit gerät. Wir haben Beispiele genug in der Bibel und auch im täglichen Leben, wo Menschen sich von Gott gelöst haben, weil sie sich unter die Gottlosen gemischt haben. Ein hoher moralischer Standard und gute Ziele können verloren gehen, wenn wir uns nicht von den gottlosen Menschen fernhalten. Drittens, Absonderung hilft uns auch, dem Bösen fernzubleiben. Wer mit bösen Menschen umgeht, wird von ihnen beeinflusst. Ich erinnere mich noch an eine längere Aussprache in unserer Familie über die Freundschaften unserer ältesten Tochter. Man kann es förmlich sehen, wie sich der Charakter und die Ansichten unter dem Einfluss gewisser Freunde verändern. Man kann sehen, wie sich die Kinder in Gefahren begeben oder anderen Leuten Ärger bereiten, weil sie negativ beeinflusst wurden. Hier kann nur die Absonderung helfen. Raus aus dem Einfluss schlechter Freunde. Betritt nicht ihr Haus. Gehe nicht mit ihnen auf Streifzüge. Halte dich fern. Manche christlichen Familien haben die Grundsätze der Absonderung nicht beachtet und sind in viele Probleme geraten und haben sich unmerklich weit von Gott entfernt. Gott verlangt auch heute noch Absonderung, nicht um Wertunterschiede zu vertiefen, sondern damit der Gläubige ihm auch ungehindert und von ganzem Herzen dienen kann. Nun müssen wir aber auch anerkennen, dass in dieser Apartheit oder in dieser Begrenzung oder Abgrenzung eine gewisse Gefahr liegt. Dieses Gebot kann auch missverstanden und übertrieben werden. Einige dieser Gefahren der Absonderung möchte ich noch erwähnen. Was könnten also die Gefahren der Absonderung sein? Erstens, da ist die Gefahr des Stolzes. Es stimmt wirklich, dass uns die Absonderung überheblich machen kann. Wir dünken uns besser, heiliger als die anderen. Das ist nicht Gottes Absicht. Wir sollen die anderen nicht verachten, wenn wir an Gott glauben und sie nicht. Doch es ist wahr, dass Christen anders sein sollen als Nichtchristen. Ja, sie sollen besser und heiliger sein als die anderen. Sie sollen nicht lügen, nicht stehlen, nicht Gewalt anwenden. Sie sollen im Dienst zuverlässiger, pünktlicher und fleißiger sein. Das schon. Lassen wir uns nicht verführen von denen, die uns auf ein niedrigeres moralisches Niveau herabziehen wollen. Aber wir dürfen nicht stolz sein auf unsere Leistungen. Wir sollen die anderen deswegen nicht verachten. Zweitens ist da die Gefahr, dass wir in unserer eigenen Welt leben. Wer es mit der Absonderung zu genau nimmt, der hat schließlich keinen Kontakt mehr mit den Nichtchristen. Er kennt nicht ihre Fragen und Probleme. Er hat auch keine Möglichkeiten mehr, ihnen zu helfen oder sie zum Guten zu beeinflussen. Leider haben manche Christen solch einen Abstand von den Ungläubigen gewonnen, dass sie ihnen schon gar nichts mehr sagen können. Auf diese Weise erfahren die anderen Menschen nicht, was Gott von ihnen will. In England hat man durch Umfragen festgestellt, dass 95 Prozent der ernsten Christen gar keinen Umgang mehr mit Freidenkern haben. Sie haben auch keinen Einfluss auf ihre Umwelt und ihr Glaube bleibt steril. Das war nicht Gottes Wille und wir müssen es da lernen, den rechten Mittelweg zwischen Absonderung und Vermischung zu finden. Drittens, eine weitere Gefahr der Absonderung ist, dass man einseitig in der Lehre wird. Es kann so weit kommen, dass man nur noch bestimmte Wahrheiten in der Bibel betont und das andere vernachlässigt und versäumt. Wenn das geschieht, ist man schon beinahe eine Sekte geworden. Wir brauchen die Denkanstöße, die Kritik der anderen. Wir brauchen auch die Angriffe und die Herausforderung. Ihnen dürfen wir nicht entfliehen. Als Petrus zu Cornelius ging, übertrat er nicht das Gebot der Absonderung, das Gott vor langer Zeit gegeben hatte. Vielmehr begann er ganz neu, den eigentlichen Sinn richtig zu verstehen. Als ernste Christen befinden wir uns sicher auch nicht selten in dem Konflikt des Petrus. Sollen wir uns von den gottlosen Menschen fernhalten oder sollen wir uns unter sie mischen? Gottes Wille ist die Absonderung, aber es ist auch sein Wille, dass wir zu den Mitmenschen gehen und ihnen Gottes Gedanken und Plan nahe bringen. Wollen wir darauf achten, dass wir nicht einseitig werden. Wir beten. Herr unser Gott, wir bitten dich heute, hilf uns zu erkennen, welche Menschen wir meiden sollen und zu welchen wir gehen und ihnen helfen sollen. Wir brauchen dazu deine Führung und Weisheit. Amen.